Damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ängladom zu einem neuen Part. Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Wir starten, glaube ich, gleich in Welt S5 Schloss. Ja, so sieht's aus. Auf geht's da hinein. Keine lange Vorräder. Das müssen wir heute noch irgendwie schaffen. Ja, im letzten paar Tagen haben wir es schon mal irgendwie versucht. Ich hoffe, wir kriegen es heute mal hin. Ansonsten schneide ich euch das zusammen. Das hat mich im letzten Spiel schon, äh, Quatsch, im letzten Part schon ordentlich beschäftigt. Dieses Level wird uns heute gar nicht beschäftigen. Es wird jetzt diesen einen Versuch geben und der zweite Versuch wird der Versuch sein, der dann entscheidend geklappt hat. Wird heute gar nicht viel rumgefackelt. Es wird geschnitten. Nice. Nach dem 100, was weiß ich, wievielten Versuch, haben wir es dann mal gehabt. Ja, meiiiiine Frisse. Alter. Irgendwann gibt man dann schon auf und will gar nicht mehr dran denken, dass man es irgendwie schaffen könnte. Und dann klappt es erst irgendwie. Wir haben zwar keine Sterne und so, keine Starquellen und die Goldene Flagge erst recht nicht, aber ja komm, wir haben es geschafft. Weiter geht es in die Spezialwelt 6. Ist auch irgendwie ernüchternd und wenn man, ja, nach dem 100. Versuch dann halt noch gefühlt schon eine Stunde aufgenommen hat und wirklich nichts als verwendbares Aufnahmematerial hat. Und dann hast du halt da schon 100 Versuche gemacht und nichts davon kannst für dein Video verwenden. Ist natürlich auch blöd. So, S6-1. Müssen wir auch noch drei Welten hier schaffen. Drei Level. Drei Welten hoffentlich nicht. Aber drei Level. Damit wir heute noch zu etwas kommen. Ja, irgendwas muss ja im Video sein. Ach du Schande. Und dann will den Giftpilz. Die ist ja vielleicht scheiße. Giftpilz. So, und wie kommen wir da jetzt hoch? Wie war denn das gleich? Ah, so kommen wir hoch. Das ist natürlich auch eine Variante. Okay. Fehlt jetzt noch ein Brettchen. Da müssen wir wahrscheinlich auch drauf. Na komm. Drei Schrubbschrubbs. Drei Schrubbschrubbs. Der Schrubbschrauber ist was anderes. Eine Star Queen. Nice. Die erste. Die erste in diesem Part. Und die erste in diesem Level. So, dann mal weiter durch die Tür. So, der erwartet uns die nächste Star Queen. Oder noch nicht? Nein. Nein. Inside den ganzen. Was wir im letzten Part. Äh Quatsch. Im letzten Level sehr gebrauchen hätten können. Hier ist es nur ein netter Bonus. Aber. Ja. Schön, die nette Bonus-Zerge zu haben. Die man anderswo nie begabt hätte. So, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Verrätst du mir das jetzt? Hm. Ja, schön und gut. Aber das hilft uns gar nichts weiter. Ah, da sind wir oben. So weit hoch müssen wir gar nicht. Okay. Ein Pop-Goomba. Und den Stein. Tanuki. Den hätten wir im letzten Level auch benötigt. Achtung, Schande. Wieder ganz unten. Och nee. Komm schon. Da kommen wir auch nicht durch, dass es versiegelt ist. Ah, da sind wir auf der Ebene. Kann ich denn irgendwo hoch? Das wäre gut, wenn ich da hoch komme. Ja, nice. Das ist doch alles machen. Ah, okay. Hier sind wir. Ganz nur. Irgendwo nicht viel. Außer die Stuncoin. Wenn ich jetzt übersehen habe. Hm. Na ja, komm. Lass bleiben. Lass stecken. Und. Rote Münzchen. Die hole ich mir. Oder auch nicht. Na komm, ja. One up. Das ist doch nice. So, sind wir hier schon an der Zielflagge oder was? Ja, das ist die Zielflagge. Komm, das kriegen wir auch gut hin. Wir haben zwar jetzt nur ein Starcoin, aber. Aber jetzt sage ich, wir schaffen mal die Levels. Und kommen mal voran. Und das ist das Wichtige. Ich will heute schon die ersten drei Levels. Der. Oh, die dritte Starcoin. Der Spezialwelt 6 abgeschlossen haben. So, zwei Starcoins und die goldene Fahne. Immerhin etwas. Und die zweite haben wir auch gesehen. Die dritte, zweite. Geht ja recht schleunig voran. Da können wir jetzt uns in Welt S6 zwangig wahren. Auf ii. Und wenn dieser Part heute etwas kürzer ist, ist das halt. Ich habe dafür länger dran gesessen. Ich habe in dem Schloss noch eine Stunde gefühlt dran gesessen. Bestimmt waren es nur 20 Minuten. Aber es hat sich angefühlt wie eine Stunde. Trotzdem. Zeit habe ich jetzt heute für diesen Part sehr viel aufgewendet. So. Hopps in die Hopps. Das sieht doch hier alles viel entspannter aus. Als in dem Schloss, in dem wir gerade eben waren. Und da bin ich doch gerne in so einer Welt. Auch wenn die Zeit knapp ist. Lässt es sich jedoch leben. Und ich ja auch jedem Gegner killen muss. Auweil. Oh. Selbst das habe ich überlebt. Das ist die Atmosphäre doch hier schon viel entspannter. Aber das lässt sich doch machen. Verdammt. Ja, komm. Das ist doch das selbe Prinzip von dem Bowser-Schloss. Aber... Ja. Bei der Sache hier bei der selben Glaser-Atmosphäre kann man sich dann auch wirklich nicht beschweren. Das ist ja auch machbarer. Denk ich zumindest. Von diesen Donuts hier. Nein. Es ist machbar, wenn man nicht so ein wahnsinniger Trottel wie ich bin. Und von solchen Donuts runterfällt. Ja, komm. Das weiß ja jedes Kind, wenn man da runterfällt, dann muss man schon ein ziemlicher Idiot sein. Aber das kennt ihr ja von mir. Ich bin in Super Mario-Spielen generell immer ein ziemlicher Idiot. Skills habe ich da keine. Auweil. Soviel zu den Skills. Ich denke mir auch so, ja, wenn Videogames tödlich wären, also wenn man im Spiel stirbt und nicht sterben würde, ja, holla, da würde ich ja nie wie ein Super Mario-Spiel in die Hand nehmen. Aber definitiv nicht. Das wäre doch mal ein guter Stoff für ein Horrorspiel. Ein Horrorfilm natürlich. Ein Horrorspiel vielleicht auch. Ja. Gibt es aber bestimmt schon ein, zwei Male. Kann ich mir gut vorstellen. Kann bestimmt schon jemand vor mir auf diese Idee. Hat das als Buch geschrieben und dann verfilmt. Das ist bestimmt nicht so neu. Weil Videospiele gibt es ja schon seit einigen Jahren und es gibt auch seit einigen Jahren schon Leute, die Videospiele nicht so spitze finden und sich darum Horrorszenarien ausdenken. Und da bestimmt auch auf solche und vielleicht auch diese Szenerie kommen, um halt vor diesem Neuland abzuschrecken. Ihr wisst ja, das Internet und Videospiele, dieses schreckliche Neuland. Und das gehen wir noch gar nicht in alles komplett neue Welten, wie wir damit umzugehen haben. Ja, das weiß niemand. Dieses Internet, das wird sich ja sowieso nicht durchsetzen. Ja, was soll's. Das komische Internet. Und was soll man dazu sagen? Gebucht ihn sowas. So, hopps, 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 wollen wir es mal schaffen heute. Luftige Höhen und ich fall hier trotzdem noch runter. Da sagt er, es ist einfach und es ist leicht und trotzdem fällt er runter. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Welt stresst nicht so sehr wie diese Feuer-Lava-Welt in Bosons Schloss. Und da kann man schon mal Zeit verbringen, hier in den Seiten von Glasenwolken. Ist das nicht ganz so wild, wenn man da mehrere Game Over-Versuche reinsetzt. Hu, ha, hu, ha. Ich bleib immer stehen in der Luft. Das darf ich nicht, das geht nicht. Man muss da einfach drüber springen, mutig sein und weiter laufen in der Luft. Auch wenn die Special-Weltinnen hier schon ein bisschen anspruchsvoller und komplizierter sind. Mario 3D-Net ist ziemlich human, was die Game Over-Sache angeht. Man kann gleich mit dem Level, wo man gerade ist, wieder weiter starten. Das war nicht immer so und das ist auch nicht immer so. Beim ersten Mario, Super Mario Bros. Für das NES war das gar nicht so der Fall. Da ist man, wenn man Game Over gegangen ist, gleich im Arsch gewesen. Da durfte man das ganze Spiel nochmal von vorne machen. Von Level 1, 1 nochmal von vorne. Welt 1, Level 1, das heißt, da waren Welt 8 im Endschloss. Ein Game Over gegangen ist. Hatte man den Spaß und musste nochmal ganz von vorne anfangen, alle Level nochmal durchspielen. Sag einer, Mario ist ein Kinderspiel. Das war, glaube ich, anfangs gar nicht mal so gedacht. Ich gebe es zu, Mario 3D-Net ist ein Kinderspiel. Das macht es einem schon ziemlich leicht. Das liegt nur an mir, dass ich da so blöde drin bin. Ich bin mal ganz mutig und sage, dass Mario 3D-Land so mit Abstand das süßeste und kindhafteste Mario Jump'n' One ist. Ich weiß keins, was leichter ist. Mario Odyssey, ja gut, gibt es jetzt keine solchen Level in der Art. Da kann man jetzt auch nicht wirklich Game Over gehen. Aber ich finde Mario Odyssey ein bisschen schwerer. Ein klein bisschen. Nicht viel, Mario Odyssey ist auch relativ einfach gemacht, kinderlieb. Nimmt sich nicht viel. Aber ich mache 3D-Net, das ist schon, ja. Ja. Ich würde schon, ja. Ich glaube, man kann es schon als das leichteste. Einstufen. Nennt mir ein einfacheres, wenn ihr ein einfacheres kennt. Schreibt es mir in die Kommentare. Mario Bros für den DS, also New Super Mario Bros für den DS. Das ist sogar einigermaßen kompliziert. Ja, also das ist ja mittelmäßig, würde ich sagen. Also im Vergleich zu... Oh, oh, die Zeit wurde knapp. Na komm, ja nice, haben wir es geschafft. Im Vergleich zu 3D-Land ist New Super Mario Bros DS schon irgendwie ein bisschen schwierig. Das schwerste ist natürlich mit Abstand. Das allererste ist, dass Super Mario Bros für den NES ist. Aber das ist ja klar. Ja, würde ich direkt so sagen. In Mario 3D-Land ist das leichteste. Wenn die Special-Welt sind da nicht drin wären, dann wäre das viel zu einfach. Special-Welt macht ja da ein bisschen was. Dass das schon irgendwie... Na ja, ein bisschen Schwierigkeit zum Ende hinbekommt. Huh, ha, huha, nein, nicht. Verdammt, da hilft mir nicht mal der Stern was. Na komm, das Level müssen wir hier noch. Und dann haben wir auch was geschafft für diesen Part. Auch ohne Tanuki geht das. Kriegen wir hin. Also, 3D-Land ist das leichteste und Achtung, Schande. Und Super Mario Bros. Verdammt, ich muss auf die Biene springen. Für den NES ist das schwerste. Wenn mir da jemand hier wieder sprechen möchte, meldet er sich. Ich werde da keine Liste für machen, wenn der kein Liste ein Video für euch erstellen. Das ist nicht wirklich... Ach, verdammt, was ist denn los mit dir? Leute. Mama Mia. Meine Güte. Zwegi, du bist doch besser. Das ist doch so scheiße bist du doch auch nicht. Oh nein, vom Kettenhund gefressen. Du bist zwar ziemlich scheiße in Super Mario, aber so scheiße dann doch auch nicht, oder? Zeig doch mal ein bisschen, was du kannst. Du hast doch was drauf. So ist es ja nicht. Guck mir mal ein Tanuki. Wenn das hier irgendwo ist, hier ist bestimmt ein Tanuki drin. Ein bisschen vorgegriffen, das Tothraus, was direkt nach dem Level kommt. Ist doch bestimmt ein hilfreiches Item drin. Ja, hilfreich. Und jetzt. Das schaffen wir doch jetzt auch noch. Ist doch jetzt nicht. Das schwerste hier. Wir haben es doch schon bereits im Dingens geschafft. Hier im... Ich kann doch auch oben auf dem Rahmen lang. Geschafft. Das kann doch wohl jetzt hier nicht. Einfach hier ganz entspannt oben auf den Rahmen stellen, oder auch nicht. Ach nein, scheiße, da ist kein Loch dran. Na komm. Wie oft will ich denn da noch bei dieser Brille versagen? Ach verdammt. Nee. 50 Mal gefehlt hier. Im einen Teil ist hier. Hu! Ha! Hu! Ha! So. Und dann letztes Item drin. Aus der Stern hier. Hoppsdihopps. Und... Karacho. Hui. Sind wir so rübergekommen. Na komm. Hoch da. Hoch da. Hoch da. Hu! Hu! Da runter. Da hops. Und da wieder hoch. Hu! Check the point. Ha! War das knapp. Ich krieg hier den Schiss. Nee. Hier lang. Nee. Schaffst du das, Zwergi. Du schaffst das, Mario. Da rein. Und holla. Ich bin klein. Autsch. Autschi, bautchi. Was für eine Spannung. Was ein Drama. Nein. Verdammt. War soweit. Oh. Ach, Mensch. Und da ging die Aufnahme sterben. Ja. Da fiel die Kamera aus. Akku alle. Hat jetzt welch mal wieder nicht aufgepasst. Ja, was soll ich sagen. Dieser Part. Ach, meine Güte. Nicht mein Tag heute. Darf ich nach oben. Soll es euch trotzdem gefallen haben. Lasst ein Abo da. Man sieht es hier im nächsten Tag. Haut rein. Ciao, ciao. Oh. 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 Oh.